So, meine Lieben, ich habe es geschafft. Ich habe einen sehr, sehr prominenten Gesprächspartner jetzt, einen Interviewpartner. Danke Ihnen sehr, dass Sie alles mit mir machen. Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Ich stelle das auch einmal ins Bild. Also immer, alle reden immer nur von der Wiki seit ein paar Tagen. Ich bin schon eine totale Minderwertigkeit, Komplexe. Und der Grund, meine lieben Freunde, ist, dass diese Dame hier ein Buch geschrieben hat, das heißt Vollzeitmutter. Und darunter steht der wichtigste Beruf der Welt und woanders steht der schönste Beruf der Welt. Ah, da sind sich uns nicht alle einig. Ja, aber man kann das irgendwie kombinieren wahrscheinlich. So, und jetzt möchtest du meinen Sehern oder unseren Sehern ein bisschen näher bringen. Wie kommst du auf die verrückte Idee, ein Buch zu schreiben? Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Wie kam das? Wie kam das? Ja, das Buch ist mir quasi in den Schoß gefallen. Ja, das sind wir. Das sind deine Kinder. Ich weiß nicht, der Käpt'n. Wer ist der Mann im blauen Leiberl? Nein, das ist ein Leiberl. Ich weiß nicht. Was sagst du? Ja, also ich habe nicht geplant gehabt, ein Buch zu schreiben, weil ich gut beschäftigt bin. Nein, du hattest nie geplant. Ich hatte das immer geplant. Also ich habe seit zehn Jahren die Vision, dass die Vicky ein Buch schreibt und weil die Vicky ja auch Publizistik studiert hat. Und du tust dir ja wahnsinnig leicht mit dem Schreiben eigentlich. Ich mache es gerne, ja. Ich mache es tatsächlich oder ich fühle mich da auch sicherer als beim Reden, aber... Reden, klar, ist das super. Wenn man ein Buch schreibt, muss man auch reden. Ja, ich habe es bemerkt. Ja, ich habe ein Angebot bekommen vom Verleger, von meinem Mann, der die letzten zwei Bücher meinem Mann verlegt hat und er war immer wieder bei uns zu Besuch wegen Besprechungen für Bücher. Und irgendwann kam die Frage, ja, ob ich da nicht ein Buch schreiben möchte. Und meine erste Reaktion war, worüber soll ich ein Buch schreiben? Was wollen Sie von mir? Und er meinte ja, dadurch, dass er immer wieder bei uns zu Gast war und wir machen das ja recht pragmatisch, versuchen ein recht offenes Haus zu sein. Stolpert er dann über die vielen Zeugen. Ab ins authentische Familienleben. Meinte ich, ja, irgendwie, das ist sehr interessant. Jedes Mal fasziniert ihn das, wenn er da zu Besuch ist, warum man denn bitte heutzutage noch verheiratet ist, sich fix bindet, viele Kinder hat und Hausfrau ist. Darüber schreiben kann, warum man denn das heutzutage macht, wo einem doch eh alle Türen offen stehen. Und dann habe ich nach reiflicher Überlegung beschlossen, immer. Gut. Ja, aber das passt irrsinnig gut zur Wiki, muss ich sagen, weil die Wiki ja ursprünglich so irgendwie so ein Karrieremädchen war oder so. In der Schule warst du ja die Klassenbeste und superschlau und alles gelesen. Ich war immer sehr zielstrebig und leise, das kann man schon sagen. Und hatte das nicht vor. Also jetzt ist mir ungernst aufgefallen, unsere Kinder bekommen jetzt immer wieder so Freundebücher mit nach Hause geschickt, die man dann ausfüllen muss. Das sind alle möglichen Fragen. Was isst du gerne? Was ist deine Lieblingsmusik? Wie keiner weiß, wie sie sie beantworten soll. Jedenfalls steht aber dann auch immer drin, was ich mal werden möchte. Und da bin ich nie auf die Idee gekommen, reinzuschreiben, Mutter oder Hausfrau. Also als Hülerin. Als, als, ja, als, nie, ja, genau. Und das finde ich sehr interessant, weil ich schon diffus wusste, ich möchte mal heiraten und ich möchte mal Kinder. Aber ich wusste, ich will kein Einzelkind. Dadurch, dass ich einen Bruder habe, wusste ich, das ist was sehr Nettes, ein Geschwisterchen zu haben. Und das wollte ich dann für dieses Kind auch. Also so, ja, vielleicht drei, das habe ich mir noch zu denken gewagt. Aber es war einfach jenseits aller Vorstellungen. Und ich habe dann erst umdenken müssen oder dürfen eigentlich durchs Kennenlernen von vielen anderen Familien, die anders gelaufen sind, als ich es gekannt habe von meiner Umgebung als Jugendlicher, sage ich mal. Und das war ein großes Geschenk. Und was hast du da wahrgenommen? Wir waren ja jetzt am Wochenende bei einer Familie mit zehn Kindern. Und ich glaube, du meinst solche Familien. Ich glaube, die haben wir damals noch nicht gekannt von unserer Ehe, aber ähnlichen. Wir kennen eine Familie mit zwölf Kindern, mit neun Kindern, mit acht Kindern. Ja, zwölf ist das Höchste, was wir kennen. Ja, genau. Das ist schon ziemlich unschlagbar, muss man sagen. Genau. Ja, ich glaube, es geht vielen so, wenn man das nicht live sieht und wenn man sowas nicht kennt und nicht jemanden kennt, der so lebt, dann kann man sich das nicht vorstellen. Dann kommt es oft gar nicht in die Gedanken oder auf die Wunschliste. Also, ich glaube, die größte Familie, die ich kannte, war wahrscheinlich eine mit fünf Kindern. Genau. Und ich dachte immer, in einer großen Familie herrscht immer Chaos. Das ist auch ein bisschen wahr. Und wahr ist das, na ja. Aber ich habe mir das so wahnsinnig unattraktiv vorgestellt. Also, große Familie, ja, ein bisschen Richtung Verwahrlosung eigentlich, muss ich zugeben. Eben, weil ich niemanden gekannt habe, der das so gelebt hat, der sehr viele Kinder hatte. Und wo ich reingehe ins Haus und sage, das läuft. Und zwar läuft das gut, ja. Und es ist eine schöne, friedliche Stimmung. Und es herrscht nicht das absolute Chaos. Und man scheint, es scheint einem, das Leben haben diese Leute im Griff. Weißt du, was ich glaube, was der Verleger wahrgenommen hat? Also, ich habe heute mit einem Patienten geredet und der hat mich gefragt, wie wird man glücklich? Das ist natürlich eine super heikle Frage, aber der ist auch sehr philosophisch. Und dann habe ich ihm eine Begebenheit erzählt von gestern Abend. Ja. Weil gestern Abend hast du mich total angestrahlt und beobachtend angestrahlt, weil ich saß, also nach getaner Arbeit, ich bin mit dem Rad dann nach Hause gefahren, ich saß beim Abendessen. Die anderen hatten schon Abend gegessen. Ich kam spät nach Hause mit einem Bier in der Hand, das mir diese Freunde geschenkt haben. Dann habe ich ihm auch ein Foto gemacht und ihnen geschickt und Abendessen und habe begeistert beobachtet, wie jedes einzelne Kind entweder mit einem anderen spielt oder sich allein beschäftigt. Aber alle waren total glücklich. Und ich war offensichtlich so begeistert und du warst begeistert. Also, ich war glücklich über das Glück meiner Kinder und du warst total glücklich über mich. Dein Glück. Und ich war dann total happy, dass mich meine Frau so anschaut nach zehn Eheerjahren. Und insgesamt finde ich dieses Bild so schön, dass Glück etwas ist, was man gemeinsam erlebt. Also, was man nicht intendieren kann. Also, man kann ja auch noch rauskommen und die streiten alle und sagen, sie gehen jetzt ins Kinderheim oder ich weiß nicht was. Und dieses Glück im Wir, und das sind so kleine Momente, weil ich habe immer gesagt, das große Glück kann man nicht intendieren und es ist keinesfalls Geld. Weil dort, wo wir herkommen, also wo wir vorgestern hergekommen sind, aus München, nämlich die haben wirklich wenig Kohle. Weil wir müssen wirklich vorn und hinten sparen und hätten viele Argumente gehabt, um nach zwei Kindern Stopp zu machen und die haben zehn Kinder. Also, das Argument, dass man Geld braucht, um glücklich zu sein und viele Kinder zu haben, das stimmt nicht. Es ist ein schwieriges Thema und es poppt immer wieder auf, wenn man über das Hausfrauen-Dasein spricht. Und es ist mir auch persönlich passiert, als ich im Buchschreibe des Prozesses war, dass ich mich mit einer Bekannten unterhalten habe und ihr davon erzählt habe. Und sie meinte dann auch eigentlich recht salopp, ja, wenn man es sich leisten kann. Das ist ja sozusagen was Unerreichbares für den Durchschnitt. Und ich muss sagen, ich war in dem Moment sprachlos und bin dann sehr nachdenklich nach Hause und dann habe ich mir gedacht, Moment jetzt, ich habe ein Störgefühl bei dem Satz und was genau ist das? Also das Kind als Luxus sozusagen. Ja, und auch das, dass sich ums Kind persönlich kümmern als Luxus. Das noch mehr, ja. Also viele Kinder, Luxus und auch das für sie Dasein. Und wir haben ja das Glück, doch einen recht großen Bekanntenkreis zu haben, Freundeskreis zu haben. Und bei uns gibt es die Tradition, sich zu Weihnachten Briefe zu schreiben oder noch besser gesagt Karten, ja. Und oftmals, besonders bei den Familien mit Kindern, schicken die dann ein Foto der Kinder mit. Und ich habe mich dann vor dieser, also die habe ich, die hänge ich jederzeit in der Küche auf. Das sind so 70 oder so. Ja, ungefähr. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich eine Feldstudie. Und so habe ich mir dann die Familien rausgesucht mit den meisten Kindern. Ich sage, so, und jetzt schaue ich mir an. Was macht die Mutter? Die ist zu Hause bei den Kindern. Okay. Und dann, was macht der Vater? Und ich bin draufgekommen, das sind alles keine Großverdiener. Das sind alles keine Reichen. Also eigentlich alle über sechs haben nicht so wahnsinnig viel Kohle. Also wir haben auch reiche Freunde, aber wenige. Und die haben alle wenig Kinder, oder? Ja, die haben eigentlich wenig Kinder. Ich würde fast sagen, desto mehr Geld, desto weniger Kinder. Das ist schon ein sehr interessanter Punkt, oder? Also das Thema Geld, das ist so vielschichtig. Aber ich glaube, darüber muss man echt nachdenken. Und es ist zu leicht, einfach zu sagen, er ist halt ein Luxus-Thema, was wir hier besprechen. Weil erstens mal finde ich, es ist eine Schande, in einem der reichsten Staaten der Welt zu leben und sich das nicht leisten zu können, als Frau sein Kind selbst zu betreuen, wenn man das so möchte, in aller Freiheit. Also eine Schande für den Staat. Das ist ein Armutszeugnis für den Staat. Also da muss man sich schon überlegen, okay, irgendwas läuft da ein bisschen schief. Das ist ja auch eine Leistung für die Gesellschaft, oder? Wenn man viele Kinder hat. Ja, ich meine, das ist, ja, natürlich, das ist jetzt nicht die, ich würde sagen, das ist jetzt nicht die Motivation, Kinder zu bekommen. Aber natürlich, wenn man als Regierender darüber nachdenkt, was fördere ich, dann darf man auch nach Nützlichkeit denken und überlegen, was fördert dann auch irgendwann den Staat zurück, ja. Auf jeden Fall. Also das ist mal der eine Punkt. Das finde ich wirklich schade. Und dann ist schon noch der Gedanke, dass man vielleicht sich den Lebensstandard auch zu hoch setzt. Ich glaube nicht, dass ein Kind ein Einzelzimmer braucht. Ich glaube nicht, dass jedes Kind sein eigenes iPhone braucht. Eines Bad und sein eigenes Klo braucht auch noch. Ja, ich meine, ich kenne jetzt auch kaum wen, der das hat. Ja, schon, ja. Ja, schon, du kennst das schon. Wir haben halt nur zwei Kinder, ja. Ja, aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen einen Irrglauben in unserem Kopf haben. Ich liebe dieses Kind, also will ich ihm so viel wie möglich geben. Das ist ja ein sehr, eigentlich ein, sag ich mal, ein schöner Beweggrund, oder ein sehr nachvollziehbarer Beweggrund. Also das Kind muss besser haben als ich, sagen wir mal. Ja, zum Beispiel besser, oder ich will, dass es meinem Kind wirklich gut geht. Und dass mein Kind glücklich ist. Ja. Ich will, dass mein Kind glücklich ist. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und da, glaube ich, ist der Denkfehler, dass man glaubt, dass man glücklich wird, desto mehr man hat. Also ich merke schon, es kommen jetzt auch Trends auf, so dieses Ausmisten und Loswerden und man wird glücklicher mit weniger Zeug. Also da fängt schon was an zu arbeiten, sag ich mal, in unserer Gesellschaft. Aber ich denke, das ist wirklich ein Irrglaube. Es gibt nämlich auch die Wohlstandsverwahrlosung bei Kindern, die oftmals besonders schlimm ist. Und ich glaube, glücklich sein, das hängt einfach ganz stark mit guten Beziehungen zusammen. Und nicht mit Besitz oder großartigen Urlauben. Und wie ist eine glückliche Kindheit, deiner Meinung? Also worauf müssen die Eltern achten, damit die Kinder eine glückliche Kindheit haben? Weil das ist ja ein berechtigter Wunsch von den Eltern. Absolut. Es kann ja keine Kinder in die Welt setzen und sagen, die sollen, es ist mir egal, wie es denen geht, sondern das Anliegen zu sagen, denen soll es gut gehen und möglichst besser als mir, ist total berechtigt, oder? Total. Aber wie geht es den Kindern besser? Wie geht es den Kindern gut? Ich glaube, zuerst mal geht es ihnen gut, wenn es den Eltern miteinander gut geht. Ich glaube, das macht sehr glücklich, zu sehen, Papa und Mama harmonieren. Das gibt schon mal so eine Grundsicherheit. Ein Gefühl von zu Hause. Das macht auf jeden Fall sehr glücklich. Und dann das Angenommensein. Zeit. Ich glaube, Zeit ist ein wichtiger Faktor für Kinder. Ich muss mich immer daran zurückerinnern, wie lange dieser 24. Dezember dauern konnte als Kind. Also wie viele Stunden bis endlich am Abend Heiligabend war und Bescherung. Und das dürfen wir nicht vergessen. Die Kinder haben ein ganz anderes Zeitgefühl als Erwachsene. Und ich habe da auch ein bisschen einen provokanten Ansatz, weil ich mag diesen Satz, Qualität statt Quantität in Bezug auf die Kindererziehung, überhaupt nicht. Weil ich glaube… Qualitätszeit. Ja, ich glaube, dass sich Qualität erst so richtig entfalten kann, wenn die Quantität überhaupt da ist. Zeitlich. Zeitlich. Zeit, ja. Ja, die Zeit. Ich denke, dass ein Kind sich sehr schwer tut damit, wenn es weiß, okay, von 18 bis 20 Uhr habe ich jetzt Zeit, meine Sorgen loszuwerden. Vielleicht kannst du den Zuschauern kurz erklären, was meinen die Leute mit Qualitätszeit für die Kinder? Wahrscheinlich sind es eh die meisten, aber vielleicht kannst du das kurz erklären, was ist die Qualitätszeit? Also, so wie ich es immer gelesen und verstanden habe, ist es, es ist nicht so wichtig, dass ich dauernd da bin, sondern es ist wichtig, dass wenn ich da bin, ich dann wirklich ganz intensiv da bin und beim Kind und mich da besonders bemühe. Und das ist ein sehr netter Ansatz. Ich glaube nur, dass wir da nach einem sehr Erwachsenenstundenplan vorgehen und nicht nach einem kindlichen Zeitgefühl. Es geht nicht ums Kindeswohl, meinst du dann in erster Linie? Ja, das ist immer halt, das ist immer sehr krass, sowas zu unterstellen, dass es darum nicht geht, weil ich sage jetzt mal, in erster Linie unterstelle ich jedem Vater und jeder Mutter, dass es ihm ums Kindeswohl geht, sondern dass es meiner Meinung nach auch ein Denkfehler ist. Ein Denkfehler und vielleicht auch ein bisschen zu wenig Wissen oder Gefühl, wie Kinder ticken. Also bei unseren Kindern finde ich das immer wieder beeindruckend, wenn ich sie von der Schule abhole und frage, wie war es? Dann kommt mal, ja gut, Ende. In halb oben, ja. Ja, möglicherweise hängt es daran, aber ich glaube, da ist jedes Kind auch anders. Und dann irgendwann, entweder am Nachmittag oder dann später am Abend, wenn sie eigentlich schon hätten schlafen sollen, dann kommt dieses Fenster, wo sie ihre Seele öffnen. Und mir ist es so wichtig und ich bin so dankbar, dass ich dann da sein kann, dass ich dann einfach da bin. Und dass ich dann, egal ob ich jetzt gerade vielleicht, ich weiß nicht, am Nachmittag die Obst ja auch so aufschneide, sage ich dann, okay, Achtung, Kind kommt, Kind hat etwas Wichtiges mitzuteilen und ich kann einfach meine Arbeit kurz pausieren und mich aufs Kind fokussieren und bin dann bereit, wenn es das Kind ist. Also ich richte mich sozusagen, ja. Also die Vollzeitmutter ist immer potenziell da für die Kinder und kann jederzeit sozusagen aktiv werden. Genau, genau. Aktiv da sein. Es ist auch falsch zu glauben, dass eine Vollzeitmutter ständig auf ihren Kindern draufhockt oder pickt und wie ein Helikopter drüber kreist. Das war gestern sogar eine Frage an mich in einem Interview, ob man sie dann nicht irgendwie überbemuttert. Und das hat ja prinzipiell nichts mit der Anwesenheit der Mutter zu tun, sondern mit der Art und Weise und auch mit einer falsch verstandenen Erziehung. Also ich habe dann gesagt, die Aufgabe der Eltern ist meiner Meinung nach, dem Kind immer mehr Freiheit zuzutrauen und nicht bis zum 18. Lebensjahr zu kontrollieren, sondern die Aufgabe ist, dass das Kind dann mit 18 die volle Freiheit hat und mit dieser vollen Freiheit auch umgehen kann. Helikopter geht halt besser mit einem oder zwei Kindern, also mit fünf tut sich der Helikopter schon schwer, weil er ja gar nicht weiß, wo er fliegen soll. Das stimmt. In alle Hebensrichtungen gleichzeitig. Jetzt habe ich mit einem Patienten, also heute mit einem Patienten geredet, der dein Buch schon gelesen hat und der war sehr beeindruckt von dieser Wertehierarchie, von dieser Pyramide da, wo Gott ganz oben steht, dann Ehemann, Ehefrau, dann die Kinder, dann ist ein Spalt, ja, das hast du extra einen Spalt eingefügt und dann kommt der Rest. Also Eltern, Schwiegereltern, Geschwister, Schwager, alles auf gleicher Ebene, Eltern und Schwiegereltern, das ist schon sehr klug, aber ich will sogar ein paar Sachen sagen, weil ich glaube, das ist auch ein Geheimnis einer glücklichen Ehe oder einer glücklichen Familie, dass man die richtigen Hierarchien im Kopf hat, also dass man richtig die Beziehungen einordnet. Und da hast du, glaube ich, viele, also das hat einen tiefen Hintergrund, diese Grafik, die du da hineingetragen hast. Also der Abstand einmal, um das gleich zu beginnen, ist sozusagen ein Symbol dafür, wir sind die Kernfamilie und das hat einmal absolute Priorität. Und alles, was über die Kernfamilie hinausgeht, das muss sich ans System anpassen, sage ich einmal. Schau mal, ob ich das schnell, du kannst, ich schau mal, ob ich die Grafik da hineingehe. Ob du die Grafik findest, ja. Warum habe ich Gott und göttliches Prinzip ganz oben geschrieben? Also wenn jemand religiös ist und an Gott glaubt, dann Gott. Und wenn man nicht religiös ist, dann hat man normalerweise Werte und Dinge, die einem wichtig sind. Also zum Beispiel Treue, Freundschaft, Liebe. Und es ist gut, die über den Partner zu stellen, im Sinn von, dass der Partner mich auch nicht dann enttäuschen kann, weil ich ihn irgendwie auf ein zu hohes Podest gestellt habe. Also der Ehepartner kann, wir dürfen nicht erwarten, dass der Ehepartner der alleinige Glücks- und Heilsbringer ist, weil das kann dann quasi nur schief gehen, ja. Göttliches Prinzip ist einfach gewisse gemeinsame Regeln auch, ja. Oder zu sagen, du sagst das gerne so, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, komm, wir gehen jetzt eine Bank ausrauben, dann würde ich sagen, nein. Also meiner Meinung nach ist das falsch und das machen wir jetzt nicht. Also ich liebe dich sehr, aber Bank ausrauben tun wir nicht. Und das ist damit gemeint, ja, die höheren Prinzipien. Liebe würde dann in dem Fall heißen, nicht gemeinsam Pferde stehlen, sondern den Geliebten vom Pferde stehlen abhalten, ne? Ja, den Geliebten gemeinsam, also zu versuchen, gemeinsam einen guten Weg zu gehen. Das ist übrigens, die Grafik, die Sie jetzt sehen, ist noch nicht die Originalgrafik, da wurde noch herummanipuliert. Weiß nicht, ob du das gemacht hast oder der Verlag, aber da ist dann lange nichts, ist da jetzt ein Loch. Ja, genau. Aber es ist ja wurscht. Inhaltlich ist es dasselbe, ja. Ja, genau. Und die Kinder nach dem Ehemann, da fragen immer wieder Leute und sagen, Entschuldigung, der Mann ist sehr erwachsen, der braucht mich ja nicht. Und die armen kleinen Kinder, und vernachlässige ich die jetzt oder was? Da geht es um was anderes, sondern es geht darum, ich habe mich für meinen Mann entschieden. Ich habe meinen Mann geheiratet und nicht meine Kinder und habe dir versprochen, treu zu sein, bis das der Tod entscheidet. Und die Kinder, das sind ja wie kleine Überraschungseier, sage ich einmal. Also es ist für mich immer wieder faszinierend, was kommt da aus so einem Kind alles raus und was ist da schon drin und so, ja. Und die dürfen begleiten, ja. Die dürfen begleiten, bis sie erwachsen sind und später natürlich auch, aber viel weniger intensiv. Aber denen habe ich jetzt nicht mein Leben anvertraut. Aber vor allem, die profitieren ja wahnsinnig davon, wenn sich Papa und Mama lieb haben. Also das ist das, was in meiner Arbeit mit Patienten die Leute wirklich erreicht. Wenn ich sage, es schadet ihren Kindern, wenn sie den Sohn oder die Tochter über ihren Mann stellen oder über ihre Frau. Und es tut ihnen gut und sie genießen das, wenn Papa und Mama sich so lieb haben, dass kein Platz dazwischen geht. Also dass die Eltern eine Einheit sind. Also das, glaube ich, das ist uns sehr bewusst in unserer Erziehung, dass sie uns ganz fest als Einheit erleben. Ja, also dass sie uns auch nicht gegeneinander ausspielen könnten. Genau. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also da achten wir ja besonders drauf, dass wenn ein Kind zu mir kommt oder besser gesagt meistens, dass es zu dir kommt und sagt, darf ich, ich weiß nicht, ein Stück Schokolade und wenn das Erste, was du normalerweise sagst, ist, hast du die Mama schon gefragt? Und wenn ja, dann was hat sie gesagt? Dann machen wir das so. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass die Vicky zu streng ist, das kann durchaus sein, dann tue ich das natürlich nicht overrulen, sondern ich sage, Entweder sage ich, die Mama hat es entschieden, da kann man jetzt nichts machen. Oder ich gehe mit den Kindern gemeinsam betteln bei der Mama. Dann sage ich, du, aufgrund, weil heute so ein wichtiger Tag ist. Und dann versuche ich, Argumente zu finden, gemeinsam mit den Kindern. Und wir versuchen dann, die Königin weich zu stimmen. Und die Königin steht dann da und sagt aber dann entweder, okay. Da sagt sie häufig, würde ich sagen, in 70 Prozent. Und in 30 Prozent sagst du, nein, ich bleibe dabei. Und dann sage ich, okay, Leute, da haben wir keine Chance. Dann gibt es das heute nicht. Keinen, was weiß ich, Film oder keine Schokolade. Film gibt es eh nicht, aber keine Schokolade oder was auch immer. Oder noch einmal spielen oder nicht ins Bett gehen oder was halt so das Anliegen des Volkes ist. Aber ich würde nie das overrulen und umgekehrt auch nicht. Und das gibt dann auch eine enorme Sicherheit, finde ich, beim zum Beispiel Konsequenzen durchsetzen oder generell bei der Erziehung, wenn man weiß, der Partner steht hinter mir. Ich sehe es bei der Vicky, also wenn ich was entscheide, wenn wir zusammen, wenn ich entscheide was und ich sehe an ihrem Blick, sehe ich das meistens, das war alles das Fall. Dann frage ich oft nicht oder wie siehst du das und dann revidiere ich noch schnell oder wir kommen. Aber jedenfalls, die merken auf jeden Fall, die zwei gehören zusammen. Sie können sie nicht ausspielen. Und das machen jetzt nicht böse Kinder, dass sie Eltern ausspielen, sondern das ist ganz normal. Also wenn man einen Zuckerl will und A sagt, es gibt zwei Wege hin und A geht nicht, dann geht man B. Und Paare, die das nicht gut reflektiert haben oder die sich vielleicht nicht gut verstehen, profitieren dann sozusagen, wenn A nein gesagt hat, sage ich ja und dann liegt mich das Kind mehr. Das ist eine totale Denkfehlung. Das muss man unbedingt vermeiden, weil es einfach die Familie auseinandertreibt, weil es die Ehe auseinandertreibt, also die ganze Familie hängt an der Ehe, oder? Ja, ich meine, das macht einen ja wütend, wenn man versucht, die Kinder gut zu erziehen und dann konterkariert der Ehemann oder die Ehefrau. Das gibt es häufig, ja. Das, was man versucht, irgendwie da gerade zu biegen, ist vollkommen verständlich, dass das zu nichts Gutem führt. Aber man muss es halt wirklich am Radar haben. Ich finde, vieles geht in der Umsetzung mehr oder weniger einfach, wenn man es im Kopf hat. Also Prinzipien im Kopf zu haben, hilft einfach sehr viel. Dass es dann auch gut funktioniert, wie zum Beispiel dieser Punkt. Bei Patchwork-Familien ist es noch schlimmer, also wenn dann eben Mann und Frau geschieden sind und dann beide um die Liebe des Kindes buhlen durch materielle Zuwendung. Dann ist eine Erziehung schon fast unmöglich. Ja. Und deswegen, also da sehe ich es besonders schlimm dann, wenn der Papa dann zum Beispiel alles mögliche Materielle erlaubt, ohne Fernsehen und Eis und alles mögliche, exzessiv. Und jetzt gerade habe ich so ein Telefonat geführt und auch keine Hausübung macht. Und die Mutter, wo das Kind dann nach Hause kommt, hat dann den schwarzen Peter, muss die Hausübung machen dann am Sonntagabend. Und also das, wie ich jetzt gerade gehört, das darf natürlich nicht sein. Also selbst wenn man sich trennt, muss man so viel Verantwortungsgefühl haben, würde ich mal sagen. Schwierig, dann umzusetzen. Ja, das ist eigentlich deine schon, nicht meine. Entschuldigung. Also ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in Patchwork-Familien, aber ich kann mir das auch so gewöhnlich gut vorstellen, weil oftmals ist es ja so nach einer Trennung, dass man dann mit dem Ehepartner vielleicht nicht mehr ganz so gut kann oder mit dem Ex-Ehepartner. Und das ist dann eine riesige Herausforderung. Aber es gibt ein Segen, wenn die Eltern dann trotzdem am gemeinsamen Strang ziehen können. Jetzt hast du in deinem Buch vier Teile. Das erste ist meine Vision, das zweite ist meine Ehe, das dritte ist meine Ressourcen und das vierte ist meine Kinder. Und was mich irgendwie sehr berührt hat, weil ich sie selber kennengelernt habe, ist, dass deine Großmutter, dein großes Idol, die auch wirklich sensationell war, also ich war wirklich richtig befreundet mit ihr, muss ich sagen. Also leider ist sie schon verstorben in der Zwischenzeit. Aber dass deine Großmutter eine, also bei meiner Vision beginnt, was ich immer schon wollte und die erste Unterüberschrift ist, das gelungene Leben einer Oma. Ja. Möchtest du hier, also möchtest du ihr hier einen Raum mitnehmen, um zu erklären, was an dieser Frau so besonders war? Also ich teile das, ich kannte sie, ich war mit ihr befreundet. Wir haben immer wieder auch telefoniert, meine Schwiegeroma, würde ich mal, oder? Ja, das glaube ich, konnte ich auch sagen. Meine Schwiegersoma, wusste ich nicht, dass ich noch eine Schwiegeroma kriege, aber eine ganz intelligente Frau hochgeklärt. Aber was, warum hat sie dich so geprägt, würdest du sagen? Also warum hat sie mich so geprägt? Also es beginnt damit, dass ich sehr viel Zeit mit ihr verbringen durfte. Sie hat im selben Haus gewohnt wie meine Herkunftsfamilie und sich rührend gekümmert. Also sie hat zum Beispiel täglich gekocht für uns, für meine Mutter, meinen Vater, mich, meinen Bruder und sie war immer da und im Grunde bin ich erst rückwirkend draufgekommen, und was für einen Einfluss sie auf mich gehabt hat und wie sehr mich das beeindruckt eigentlich, wie sie gelebt hat, weil sie ist in Vorarlberg aufgewachsen, hatte sechs Geschwister, also sie waren zu simt. Und ich würde sagen, sie haben ein einfaches Leben geführt. Es gab ein Bubenzimmer oder ein Mädchenzimmer und ja, ein einfaches Leben, aber sie hat mir die tollsten Geschichten von ihrer Kindheit erzählt. Er war W-Bus, ne? Ja, genau. Ihr Papa, also mein Uropa, den ich aber nie kennengelernt habe, weil er schon gestorben war, der hat mal einen uralten Bus, einen kaputten Bus sozusagen vom Schrottplatz in den Garten gestellt und das war dann quasi das Kinderspielhaus oder das Kinderspiel. Sie hat mir auch erzählt, Puppen, also das haben sie sich nie leisten können, eine Puppe zu kaufen, das haben sie gemacht aus so einem Holzscheit, hat sie mir erzählt und da hat die Mama von ihr so ein Gesicht drauf gemalt und ein Kopftuchel und ein Kleid gebunden. Also dieses super einfache und dennoch war sie total glücklich und erfüllt. Also meine Oma ist sehr vielschichtig und es ist sehr schwer, es auf den Bug zu bringen, aber allein auch ihre Haltung dem Leben gegenüber, so etwas Positives, so etwas Menschenfreundliches, das habe ich echt selten noch woanders gesehen und sie war so eine sehr zierliche, kleine, ganz dünne Frau, total robust und stark eigentlich. Aber sie war eine Dame, also die war eine Eheerkeit. Und sie war eine Dame, sie hatte so Stil, ja, genau. Aber sie war eben Hausfrau. Sie war Hausfrau, ja, also sie hat tatsächlich, bevor sie geheiratet hat, hat sie so eine Sekretaratsausbildung gemacht und hat da auch gearbeitet, aber mit der Hochzeit hat sie diesen Beruf aufgegeben und war eigentlich immer Hausfrau und hat ihr Leben gewidmet ihrer Familie und auch dann den Enkeln, ja, also den, doch einige Enkeln. Und was mich so beeindruckt hat, sie ist immer gekommen, sie hatte so einen sechsten Sinn dafür, gesehen, ah, okay, da häuft sich schon die Schmutzwäsche, dann mache ich schnell eine Wäsche, ganz still und leise und Wäsche gewaschen und aufgehängt und war schon wieder weg. Sie hat aber nicht bei euch gewohnt, sondern in der Nebenwohnung. Genau, also sie hat auch sehr, sehr feinfühlig erkannt, wo passt es nicht, wenn ich jetzt dabei bin, ja, oder ja, auch meinem, ich würde sagen, meinem Vater dann gegenüber, ja, also das war die Mutter meiner Mutter und da auch wirklich die Privatsphäre der Kernfamilie zu lassen, das erfordert so viel Weingefühl, ja, und Rücksichtnahme. Genau, und sie war immer da, sie war immer da, sie hatte immer eine Fröhlichkeit, eine Freude, eine Ruhe. Wir Kinder konnten immer zu ihr kommen, wir konnten immer bei übernachten, ja, und sie hat nie gejammert oder so. Also, man merkt hier jetzt an der Art und Weise, wie ich rede, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, alles zu erzählen, aber es muss ja auch nicht alles sein. Aber diese Frau hat mich schwer beeindruckt, die hatte so viele menschliche Tugenden einfach verinnerlicht, das prägt einen. Und sie hatte eine unheimlich natürliche Autorität, also wenn man bedenkt, da gibt es ja viele Akademiker in eurer Familie, aber sie war die klare Nummer eins, also das war, die Position hat ja keiner, hat jeder respektiert. Das war, sagen wir so, sie war, sie war wahrscheinlich schon, also das, ich wage jetzt zu sagen, das Zentrum der Großfamilie, ja. Und das eben das Hausfrauen. Und um sie gedreht, ja. Ja, definitiv, ja. Und wir, also meine, wir Enkel haben sie zum Beispiel fürs Kochen, also verehrt, ja, so, das ist typisch, oder? Also, die Oma, die macht die besten Käsespätzle und die besten gelegten Kartoffeln und die Geburtstagstorte, die musste sie immer selbst backen und ich kann mich erinnern, einmal hatte sie eine schwere Herzoperation, da war ich in der Volksschule und dann hatte ich Geburtstag und es wurde eine Torte bei einer Konditorei gekauft und ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich wollte die Torte von der Oma selbst gebacken haben, ja. Also das ist, finde ich, so beeindruckend, ja, weil die hat wahrscheinlich um Mengen mehr gekostet, diese Torte, die hat wahrscheinlich auch sehr gut geschmeckt, aber das war für mich einfach... Keine Oma-Torte. ...liebe in Form gegossen, ja. Ja, ja. Also keine Oma-Torte, ja, keine Oma-Torte. Und das hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass diese banalen Arbeiten, ja, wie zum Beispiel das Kochen, was für ein Gewicht das hat, ja, also was für ein Gewicht das zum Beispiel, das hängt bestimmt auch sehr vom Alter der Kinder ab, aber ich glaube so rund um die Volksschulzeit, also das ist das Thema des Tages, was gibt es zum Essen, die Mama gekocht, das gibt es, und dann kommen alle zusammen zum Tisch und auch diese Tischkultur, die uns ja auch sehr wichtig ist, zumindest einmal am Tag gemeinsam am Tisch zu sitzen und sich auszutauschen und miteinander, ja, zu essen und zu genießen, das ist was total Wichtiges, glaube ich. Also ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig für das Glück der Familie. Das Essen. Einmal haben wir, also ich hatte eine ähnliche Großmutter, die Großmutter, und einmal haben wir so ein Gipfeltreffen gemacht, in dem, da waren wir noch verlobt, noch gar nicht verheiratet, glaube ich, und da haben wir beide alte Damen, beide über 90 haben wir dann, also haben wir uns zusammen, das war... Die haben sich kennengelernt, ja, noch. Ja, total, und die haben sich auch heiß geliebt. Ja, sehr süß, die beiden miteinander, ja. Genau, ja. Marjane, du, ich glaube, du musst ja langsam schon wieder weg, weil ich meine... Ich glaube. Ich habe heute ja eine Managerin, eine Topmanagerin. Eine Topmanagerin, die muss dann zum Fußballtraining. Aber willst du über, gibt es da noch ein, willst du über dieses Buch, das Buch ist jetzt frisch herausgekommen, also das können Sie da unten, gibt es die Links, da können Sie das Buch bestellen. Ja. Möchtest du über da noch irgendein, ist ja noch irgendetwas besonders wichtig, du hast viel über Kindererziehung, das ist der Teil 4, über deine Ressourcen, das ist im Wesentlichen dein Glaube und auch die Fähigkeit, auch einmal auszusteigen, Burnout, Prophylaxe, sagst du, du redest über deine Ehe, das ist besonders indiskret. Und der Teil 1 ist eben deine Vision, da ist die Großmutter und wie du zur Familie stehst und Karriere, Frauen und Karriere, über Geld hast du jetzt schon geredet, gibt es noch irgendwas, wo du noch was sagen wolltest oder uns wollte dich dann in die Freiheit umlassen? Ja, vielleicht zum Abschluss, weil das doch immer wieder mal kommen könnte, also ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich glaube, dass ich jetzt die perfekte Mutter bin und alles wunderbar mache und mich als Vorbild hinstellen möchte, sondern meine Motivation war die, ich habe wie schon gesagt, das Glück gehabt, Frauen kennenlernen zu dürfen, die mich sehr inspiriert haben und meinen Herzenswunsch, dass ich ganz zu Hause bei der Familie bin, bestärkt haben, insofern, dass sie mir gezeigt haben, durch Vorleben, das ist möglich. Und das ist meine Motivation. Das ist ein sehr persönliches Buch, das ist jetzt auch kein Erziehungsratgeber, sondern einfach die Dinge, die mir wichtig sind und wenn eine junge Frau dieselbe Sehnsucht im Herzen tragt, wie ich sie getragen habe und nach wie vor trage, aber eben schon erfüllt bekomme, dann freue ich mich, wenn ich so eine Bekannte oder Freundin sein kann, die man zumindest über das Buch kennenlernen kann und sagen, okay, also ich lese, das ist heute doch möglich. Ich bin offensichtlich nicht komplett altmodisch und spießig, sondern das ist etwas, das darf sein. Auch das darf sein, weil die freie Wahl für die Frau, die darf jetzt nicht von der einen Extreme in die andere Extreme kippen, glaube ich. Also das ist mir schon sehr wichtig. Früher wurde man, glaube ich, schräg angeschaut, wenn man als Mutter berufstätig war und heute kommt man oftmals in Erklärungsnot, wenn man nicht berufstätig ist, sondern zu Hause arbeitet. Und das finde ich sehr schade, weil das schränkt wieder die Freiheit der Frau ein und so in die andere Extreme. Das wäre nicht gut. Ja, und jetzt hast du so viel Perfektes erzählt. Ich meine, hast du auch noch, ich meine, du schreibst ja da drinnen auch von deinen Schwierigkeiten und von deinen Struggles und wo du dich noch irgendwie verbessern könntest. Kannst du das vielleicht noch den Sehern und Seherinnen näher bringen? Also gibt es oder bist du schon perfekt? Nein, ich bin keinesfalls perfekt. Ich habe einige Dinge reingeschrieben, zum Beispiel meinen Hang zur Unordnung. Das kann ich bestätigen. Und dass ich mir da irrsinnig schwer tue. Aber ich kämpfe drum, ich kämpfe drum. Kann ich auch bestätigen. Aber dennoch ist es wichtig, wenn man dieses Buch liest, im Hinterkopf zu behalten, dass ich nicht die Tür und zu unserem Privatleben komplett aufgemacht habe. Das heißt, ich habe möglicherweise auch Dinge, wo es schwierig ist, nicht reingeschrieben, um die Privatsphäre von irgendwem zu wahren. Also es ist nicht meine Intention hier, Schmutzwäsche zu waschen. Schmutzwäsche zu waschen oder irgendwem zu blamieren. Gut gehabt. Nein, aber es ist ein ehrliches Buch. Also alles, was ich geschrieben habe, ist zutiefst ehrlich. Und ich habe versucht, auch das Wichtige, das, was mir wichtig ist, rauszufiltern. Das habe ich wirklich, glaube ich, auch hingekriegt. Aber bitte jetzt nicht irgendwie Komplexe bekommen, dass wir jetzt irgendwie so perfekt wären oder uns vielleicht sogar noch so darstellen möchten. Sondern wenn ich jetzt irgendwie dieses oder jenes Problem oder Kreuz, was wir zu tragen haben, was jede Familie hat, nicht erwähnt habe, dann ist es nicht, weil ich uns perfekt darstellen möchte, sondern weil ich möglicherweise jemanden schützen möchte. Genau. Das wollte ich im Abschluss noch gesagt haben. Danke ganz herzlich. Und also wenn ihr jetzt Interesse habt, da unten gibt es einen Link und da könnt ihr das jetzt bestellen. Und es wäre gut für die Verbreitung des Buches, wenn ihr das jetzt macht. Herzliche Grüße. Euer Raphael Bonelli und Vicky Bonelli. Vicky Bonelli. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.